Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rolling Sushi Anime News mit Matze. Servus! Und mir Miki, hallo! Juhu! Diesmal in der zweiten Woche des neuen Jahres 2023. Wir haben wieder fleißig Programm für euch, wieder ganz reguläres Programm, alles zusammengesammelt aus der KW2. Und da ist einiges aus Deutschland zusammengekommen, womit man natürlich immer anfangen. Mit den lokalen Nachrichten, wenn man so will. Und wir haben News, wie es mit Disney Plus gerade aussieht und Anime. Und zwar einmal Bright Sun, Dark Shadows, so heißt Summertime Rendering bei uns aus irgendeinem Grund immer noch. Das ist so seltsam. Echt? Ist aber jetzt auf Disney Plus auch in Deutschland ansurfbar. War jetzt schon länger in den USA verfügbar. Jetzt gibt es das auch bei uns. Das Warten war recht lang. Halbes Jahr jetzt, ne? Oder so? Ja, ich glaube halbes Jahr seitdem es, wobei ein Vierteljahr seitdem es fertig gelaufen ist. Ich weiß nicht mehr, wann die Serie angefangen hat. Ich glaube, sie hat im Juni angefangen. Auf jeden Fall 25 Folgen, deutsche Synchro gibt es auch dazu. Mhm. Da könnt ihr es euch jetzt auf Disney Plus anschauen, wenn ihr das habt. Ähm, und was jetzt auch auf Disney Plus gestartet ist, ist Tokyo Revengers Christmas Showdown Arc. Das kommt jetzt tatsächlich auch dort im Simulcast. Okay. Ja. Das ist natürlich schön. Ähm, ich hoffe, dass es nicht irgendwie gleich ein Muster ist, dass man wieder erkennt, dass die nicht zu bekannten Serien dann irgendwann später kommen und dass die Bekannten gleich in den Simulcast fallen. Ja, es wäre wünschenswert, wenn es, ähm, mit jeder Serie jetzt so weitergeht. Die Folge kommt immer jeden Samstag um 19 Uhr auf Disney Plus Online mit allen möglichen Untertiteln. Ich weiß nicht, ob Deutsche dabei sind, aber ich kann es mir eigentlich fast schon vorstellen, weil auch, äh, Tatami, wie, 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 wie jetzt, ich weiß jetzt schon gar nicht mehr, wie das Sequel heißt. Time Machine Blues. Genau, Time Machine Blues hatte auch wirklich alle möglichen Untertitel. Mhm. Ähm, und es ist auf jeden Fall gutes Zeichen, dass jetzt die Serien dann doch nach und nach rauskommen, dass Summertime Rendering jetzt endlich bei uns ansurfbar ist, dass Tokyo Revengers jetzt im Simulcast läuft. Es fehlt noch Black Rock Shooter. Oh ja, stimmt ja. Ähm, und Bleach natürlich, ja. Bleach, pff, dass ich Bleach, dass das lange, länger dauert als Sachen wie Tokyo Revengers, das ist auch ein bisschen komisch, aber naja. Ja, auf jeden Fall. Bin immer noch kein Fan davon, dass es überhaupt auf Disney Plus ist, aber... Ja, auch Tokyo Revengers ist. Ja, wenigstens kriegt man es. Ja, wenigstens kriegt man es. Auseinandergerissen, ne? Die erste war ja auch woanders verfügbar. Genau. Erste Staffel gibt's auf Crunchyroll. Hm. Na ja, na ja. So geht's jetzt auf jeden Fall erstmal weiter. Mal sehen, wo das Ganze noch hinführt. Wir haben noch ein paar Verkaufszahlen zu größeren Manga-Reihen, die Crunchyroll Manga verlauten lassen hat und das ist einmal Spy Family, sind aktuell neun Bände in Deutschland draußen und kommt damit auf über 300.000 Exemplare im Umlauf. Ui, okay. Das ist im Vergleich zu den anderen schon ein bisschen mehr pro Exemplar, also pro Band, ne? Auf jeden Fall. Ist eine sehr erfolgreiche Manga-Reihe. Was wir noch haben ist One Punch Man. Das sind aktuell 25 Bände draußen. Und da sind wir bei 380.000 Exemplaren. Na ja, ist immer noch sehr gut. Ist weniger pro Band, aber ja, ist immer noch ziemlich gut. Ist immer noch One Punch Man. Und was aber alles sprengt, ist Jujutsu Kaisen ist jetzt bei 20 Bänden in Deutschland und kommt auf eine Million Einheiten im Umlauf. Ach, das ist natürlich ein Ding. Ja, ist echt nicht schlecht. Es ist fast schon wieder aus meinem Gedächtnis raus, weil es so relativ lange her ist seit der letzten Serie. Ich habe aber noch nicht angefangen Manga zu lesen. Es ist irgendwie, ich möchte erst mal sehen, was wir in der zweiten Staffel machen. Ja, ich freue mich auch auf die zweite Staffel. Eine Million ist echt nicht schlecht. Vor allem, wenn es gerade irgendwie insgesamt bei 70 Millionen weltweit ist, sind wir über ein Prozent in Deutschland. Aber echt, ey. Wir sind das eine Prozent. Ja. Ja, ich muss echt dann nachholen. Ich muss auch den Film jetzt bald mal echt gucken. Könnte ich auch mal tun. Ja, es läuft auf jeden Fall in Deutschland mit den Manga-Verkäufen. Da freut sich Crunchyroll auch bestimmt. Jo. Worauf ihr euch auch noch freuen könnt, ist Made in Abyss, die zweite Staffel, die goldene Stadt der sengenden Sonne. Kommt jetzt demnächst auch endlich auf Disc raus. Nachdem es einen Simulcast über ProSiebenMax gab, wo man halt jede Folge nur eine Woche lang gucken konnte. Das für Binge-Leute natürlich doof ist. Mhm, ja. Kann man das jetzt demnächst bald endlich dann doch gucken. Ab 31. März kommt das erste Volume raus und wird sich auf zwei wohl aufteilen. Ah, gut, das ist schön. Das ist nicht auf drei aufteilen. Da muss man nicht zu lange warten, bevor man es K.O. glotzen kann. Ja. Dann, ähm, auch noch Goodbye Don Glees, der neue Film von der Regisseurin von No Game No Life, beziehungsweise auch A Place Further Than the Universe. Also Atsuko Ishizuka, ähm, hat jetzt auch einen Disc-Termin bekommen. Am 10. März kommt er dann in den deutschen Handel. Er ist anscheinend letzten Monat, also Dezember 2022, im Kino gelaufen, aber ich hab das irgendwie nicht mitgekriegt. Haben wir darüber hier mal geredet? Hab ich das verpasst? Hab ich das vergessen? Ähm. Sonst hätte ich den geguckt. Ich weiß, dass es irgendwie auf den Festivals gelaufen ist, aber, ähm, so regulär im Kino, das hab ich auch verpasst. Ich hab auf jeden Fall Bock auf den, weil ich mag die Regisseurin, bin immer noch sehr gespannt da drauf. Und ja, ab 10. März gibt's den Über, äh, Leon ein, dem Handel. Okay. Nice. Sind wir schon durch mit Deutschland? Wir kommen zu neuen Anime-Ankündigungen. Wir haben einmal Whisper Me A Love Song, ist ein Yuri-Manga, der, ähm, ich glaub, der heißt auch so eins zu eins übersetzt bei uns in Deutschland so. Ähm, also auf Deutsch übersetzt dann, Flüster mir ein Liebeslied. Und, ähm, der bekommt einen TV-Anime, der ist, ähm, es geht um, ja, halt, äh, ein Mädel, die ist, äh, Erstklässlerin auf der Highschool, die ist super verliebt in ihren Senpai und gesteht ihr ihre Liebe. Und der Senpai, die spielt Gitarre und die sagt halt auch, ey, ich, äh, ja, ich lieb dich auch, aber die hat, na, eine ganz andere Vorstellung von Liebe. Es erinnert so ein bisschen auch an, äh, Bloom Into You, wo es ja auch um eine Figur geht, die auf dem aromantischen Spektrum ist. Und, äh, bin ich auf jeden Fall interessiert dran. Ich freu mich, dass wir sowas, äh, dass wir Girls Love Serien in letzter Zeit wieder häufiger sehen. Wird gemacht bei Cloud Hearts, die in der aktuellen Saison The Ice Blade Sorcerer Shall Rule The World animieren. Und Regie geführt von, äh, eine Chinesin oder einem Chinesin, ich weiß es bei chinesischen Namen nicht. Shin Ya Kai hat, äh, vorher Storyboard übernommen bei einer Episode von Arte oder, äh, zwei Episoden von The Genius Princess Guide to Raising Nation Out of Debt. Und, ja, ähm, großartig können wir dazu jetzt nicht mehr sagen. Ja, es wirkt auf jeden Fall etwas standardmäßig auf den ersten Blick, besonders auch mit dem Titel, ne. Also das Flüstern ist eine klassische Tradition in irgendwelchen Juri-Sachen, ne, oder, äh, Girls Love Sachen. Ich glaube, Flüstern generell so ein romantisches Ding. Ja, 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 aber ich seh's halt in vielen von diesen Juri-Romantik-Titeln drin, ne, äh, Whispered Words oder sowas, äh, Sasamikikoto war einer der ersten, wo ich da selber gesehen habe. Hm, ja. Ende der 2000er. Und ja, bäh, soll, sollen sie mal machen. Wir werdet's dann beurteilen, eiskalt und gnadenlos. Ich habe auf jeden Fall erstmal nichts dagegen. Dann haben wir noch The Girl I Like Forgot Her Glasses. Das ist ein interessanter Titel. Aber echt. Ich frage mich, ob das dann jeden Tag, ob sie den, ob sie den, ob sie den jeden Tag vergisst, wenn das der Titel von dem, von dem Manga ist. Ähm, das bekommt einen TV-Anime. Da geht's halt darum, dass mein Junge, der mag ein Mädchen und das Mädchen hat ihre Brille vergessen und guckt deswegen die ganzen Tage angestrengt. Äh, ja. Ich mag ihren kurzsichtigen Blick mit den zusammengekneiften Augen, die so aussieht, als würde sie dir jede Sekunde den Kopf abreißen. Irgendwie finde ich das lustig. Ja, das ist eher wahrscheinlich so ein Gag-Manga-Gerät, ne? Aber ja. Ja. Sieht nach meinem Ding aus. Mehr können wir dazu auch noch nicht sagen. Ähm, dann, wer Fan von Life Life ist. Da ist jetzt in der letzten Saison oder in der aktuellen? Ah, 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 ah. In der aktuellen läuft Love Life Nichigasaki High School Idol Club Project Nichison. Und das ist ein Comedy-Gerät bei Nichigasaki High School Idol Club im Love Life Universum. Irgendwas. Bäh. Und das bekommt halt zwölf Episoden. Und, ähm, in Japan kommt die Blu-Ray dazu am 29. März raus. Und da sind dann nochmal drei zusätzliche Episoden drauf. Ob es die dann auch irgendwie im Westen in Streamingform geben wird, who knows. Aber ja. Ja. Da gibt's dann 15 Episoden insgesamt. Das ist doch nur so eine ganz kurze Serie, oder? Wo es so ein paar Minuten pro Episode sind. Weiß gar nicht, wie lange die Folgen sind. Ich glaube aber. Sonst würde es mich leicht verwundern, dass drei volle Episoden produziert wurden und dann nur auf den DVDs oder Blu-Rays rauskommen. Ich glaube, das ist so eine Mini-10-Minuten- oder 5-Minuten-Serie. Ja, also maximal 10 Ideen ist auch gesagt. Naja. Ähm, dann haben wir noch jetzt in der aktuellen Saison läuft auch das neue Projekt von Polygon Pictures und Nihei. Und zwar Keiner of the Great Snow Sea. Wo ich mich ja schon die ganze Zeit sehr freue drauf. Und da wird jetzt direkt im Vorhinein angekündigt auf einem Premieren-Event, dass die Serie nicht alles ist, sondern danach auch irgendwann noch ein Kinofilm als Fortsetzung erscheinen wird. Ja. Äh, kleckern statt klotzen. So richtig mal hier, wir machen keine halben Sachen. Wir machen gleich ein ganzes großes Ding aus dem Kram, was mich freut. Hauptsache es taugt was. Ich hab's noch nicht angefangen zu gucken. Ich auch nicht. Und das heißt jetzt, ich werd halt warten, bis der Film dann da ist. Oh, stimmt ja. Jetzt haben sie dir im Endeffekt zwischen die Knie getreten. Macht doch gleich eine abgeschlossene Serie, meine Güte. Die Menschen haben verlernt, abgeschlossene Serien zu machen. Oh, im Anime-Bereich, das war noch nie drin. Ja, stimmt wohl. Apropos nicht abgeschlossen. War Bastard anscheinend bisher auch noch nicht. Bastard, Heavy Metal, Dark Fantasy. Da kommt jetzt noch eine zweite Staffel auf Netflix dieses Jahr. Die ist angekündigt worden. Oh, da erwartet uns viel Schmerz, weil der Manga ist auch noch nicht abgeschlossen und der hat seit zehn Jahren Pause. Ähm, ja. Und günstig. Ich find das natürlich super geil, dass mehr von Bastard in Anime-Form umgesetzt wurde. Selbst die alte Serie hat viel mehr in Anime reingeschmissen, als früher die OVA dann an Material geschafft hat. Und jetzt noch mehr, besonders von dem verrückten Unsinn, wo dann halt Himmel und Hölle gegeneinander kämpfen. Äh, da, ja. Gerne. Gerne. Herr damit. Besonders, weil die Umsetzung, ich fand die ziemlich cool. Wenigstens einer ist glücklich. Ja. Dann hat, ähm, Bushiroad verlauten lassen, dass ihr aktuelle Cardfight-Serie insgesamt neun Staffeln haben wird. Okay. Aktuell läuft die vierte. Wow. Die sind also sehr zuversichtlich. Aber wirklich. Also. Noch einer so, der hier mit Kleckern und Klotzen keinerlei Probleme hat. Also, immer feste drauf. Die nächsten drei Jahre schon mal eingeplant. Es war ja, glaube ich, schon, als die erste Staffel zu Ende gegangen ist, hatten sie angekündigt, wir machen vier. Ah. Ähm, jetzt halt läuft diese vierte halt. Und es scheint zu laufen. Mhm. Ich meine, ich sehe die Serie auch ständig auf meinem, äh, noch wenig vorhandenen Twitter-Field, zumindest durch VTuber, die, 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 halt, das Kartenspiel spielen. Cardfight Vanguard. Und, ja. Also, in der aktuellen Saison, keine gute Güte, wie heißt denn das nochmal, was in der aktuellen Saison läuft? Ich hab schon keine Ahnung mehr. Es ist, weil das heißt auch ständig irgendwie nochmal anders auf eine komische Art und Weise. Genau, das in der aktuellen Saison heißt Cardfight Vanguard Will Plus Dress. Aha. Das ist die zweite Staffel von Cardfight Vanguard Will Plus Dress. Und die zweite Staffel von Cardfight Vanguard Will Plus Dress ist die insgesamt vierte Staffel von Cardfight Vanguard D. Äh, gibt's da noch was anderes, oder was? Die erste Staffel hieß Cardfight Vanguard Overdress. Aha. Nee, du, ich geb auf. Ganz vergessen bei mir. Es ist Cardfight Vanguard. So viel kann ich mir noch merken. Und fertig, Ende, Ende. Also, die dritte Staffel, beziehungsweise die insgesamt fünfte Staffel von der D-Serie, so nennen sie es, die kommt dann im Juli diesen Jahres, die sechste Staffel irgendwann Anfang 2024, die siebte Staffel soll irgendwann Mitte 2024 kommen, die achte Staffel Anfang 2025 und die neunte Staffel Mitte 2024. Also, im Grunde ohne wirklich bemerkbare Pause, ne? Ja, immer eine Season Pause, I guess. Ja, 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 okay. Die ballern echt durch, das ist hart. Ja. Meine Güte, das ist ne Menge Zeugs. Ich muss da mal reingucken, irgendwas muss da dran sein. Ich weiß nicht, ich glaub, ich würd mir da irgendwelche Zusammenfassungsvideos auf dem Netz anschauen. Oder mal, ich würd mal gern wissen, wie das Spiel aussieht. Weil Kattenspiele sind ja nicht so uninteressant, ne? Ja. Oh Mann, ey. Da, richtige Imperien ziehen uns vorbei, ohne dass wir was davon mitbekommen, ne? Ja. Ja, das sind so Dinger, die gehen in Japan voll ab und verlassen das doch einfach nicht so richtig. Also, es gibt ja eine englische Übersetzung, aber ich hab keine Ahnung, wie weit das international außerhalb von so Nischengruppen interessiert. Das glaub ich keine Sau. Was wir noch haben, ist die zweite Staffel von Nights with a Cat. Das ist jetzt Akt, das ist zu Ende gelaufen vor kurzem. Das ist so ne Kurzserie über nen Typen, der ne Katze sich geholt hat und die ist ein bisschen seltsam. Ein bisschen, äh, also immer noch ein bisschen Katze, aber immer ein bisschen zu menschlich für ne Katze. Und das soll halt noch ne zweite Staffel bekommen, die, ähm, war das schon ein Datum? Ich glaube nicht, irgendwann dieses Jahr, ja. Irgendwann dieses Jahr halt. Ja, Katzenanime. Es ist einfach, es funktioniert. Die Leute wollen es sehen. Kann man sich auch komplett kostenfrei auf YouTube angucken, die Serie. Oh, das hilft natürlich noch viel mehr. Ja, und was noch einen Anime bekommen soll, ist ein Manga namens Kai to Otome to Kamikakushi und, ähm, da geht's um, ähm, ein Duo, die Schriftsteller werden wollen und in einem Bücherladen arbeiten und dann passieren anscheinend ständig irgendwelche seltsamen Sachen. Ja. Ich mein, dieses Kamikakushi ist so das typische japanische Wort für, dass Leute verschwinden durch irgendwelche Geisterinterventationen, ne, werden in eine Geisterwelt geschickt oder sonst was. Ja, ein, das ist ein Promobild, zeigt uns die beiden Hauptfiguren. Eine Lady mit einem sehr großen Busen oder ist es einfach nur so geframed, dass es irgendwie sehr groß aussieht? Nein, ich weiß nicht. Das Bild sieht seltsam aus. Der Vorbau ist nuklearwaffentauglich. Und die hält ein Buch in der Hand, daneben steht ihr männlicher Begleiter und man sieht halt ganz viele Verkehrsschilder mit einem Ausrufezeichen drauf. Ja, der Trailer ist gut geschnitten, aber es ist halt kein Trailer mit Animationsmaterial, sondern nur eine Mischung aus Manga-Animationen und Realfilmfotos. Äh, schon gescheiter, spannender Musik und so, aber es sagt halt einem nicht viel, ne? Verrät uns nix, nee. Auch nicht, wer es macht, wir wissen keine wirklichen Details über dieses Ding. Es kommt halt irgendwann. Ja. Wir haben noch ein paar Infos zu bereits angekündigten Dingen. Einmal Fluffy Paradise Isekai wurde letztes Jahr irgendwann angekündigt. Und ja, da haben wir jetzt noch die Info bekommen, das soll irgendwann dieses Jahr halt rauskommen. Geht um jemanden, der wiederbelebt wird und die Fähigkeit hat, dass in dieser Isekai-Welt jetzt halt alles, was fluffig ist, ihn mag. Alles, was weiches Fell hat, steht auf dich. Ja. Hilfreich. So meine Fähigkeit. Ich bin auch seitdem sehr glücklich, dass sie dir da mal so einen langen, unnötigen Light-Novel-Titel in einen einfachen Titel umgewandt haben für ein Anime. Der einfach verstandlich ist, ne? Fluffy Paradise Isekai. Jeder versteht, was da los ist. Ja, das stimmt. Dann wissen wir auch noch, New Sorceress Stabber Orthon ist jetzt aktuell in der dritten Staffel. Die ist jetzt angelaufen. Ne, die läuft noch an sogar. Die ist noch nicht mal draußen, wenn der Podcast hier rauskommt. Ui. Kommt ganz schön spät im Januar. Ähm, und da ist auch direkt eine mehr oder weniger vierte Staffel schon angekündigt worden jetzt. Okay. Weil die läuft halt direkt weiter nach der dritten. Also dann im April. Und die heißt Sanctuary Arc. Was jetzt gerade läuft, heißt Chaos in Orbanrama. Ja, wird halt wieder bei Studio Rin gemacht. Es ist halt wie immer, wenn irgend so ein schonen Gerät daherkommt und sich Produzenten denken, wir können da noch mal Geld rausschlagen. Dann machen wir es halt billig. Ja. Und aus irgendeinem Grund verkauft es sich trotzdem. Das ist wahrscheinlich, weil die Serie halt so lange läuft schon. Und so viele harte Kernfans hat, ne. Ich meine, das hat irgendwie Mitte der 90er angefangen. Und es gibt ja auch eine alte Fernsehserie. Ich hab das Ding nie weiter geguckt, weil die alte Fernsehserie mir nicht gefallen hat. Sonst würde ich natürlich da auf jeden Fall da drauf springen. Es ist Fantasy Trash, ne. Und von was ich so gelesen habe, soll die alte noch besser sein als die aktuelle. Oh, okay, da brauch ich nicht reingucken. Ah, wer will, wer aus irgendeinem Grund noch nicht genug hat. Dann, zehnjähriges Jubiläum feiert Tamako Market. Das ist am 9. Januar 2013 gestartet. Eine Serie von Naoko Yamada, beziehungsweise auch geschrieben von Reiko Yoshida, die zusammen halt an sehr vielen Sachen gearbeitet haben. An A Silent Voice. An, ähm, dann auch nicht mehr bei, bei, bei KyoAni, bei, ähm, Sainzaru Anheika Monogatari. Okay, und KyoAni hat jetzt angekündigt, dass es ein Projekt zum zehnjährigen Jubiläum geben soll. Was genau das allerdings ist, haben sie noch nicht weiterspezifiziert. Ob das eine UFA ist, ob das ein Film ist, ob das eine zweite Staffel ist. Es gibt ja schon in Filmen eine Fortsetzung, die dem Ganzen, äh, eine romantische Ebene noch gegeben hat mehr. Ja. Ähm, Tamako Love Story. Ich bin mal, ja, gespannt, was da kommt. Ich hab's noch nicht gesehen, müsste ich mal nachholen. Normalerweise würde ich jetzt ein bisschen was Zynisches von mir geben, wenn irgendjemand sich wieder auf seinen Lorbeeren ausruht und einfach eine alte Serie neu rausholt. Aber bei Kyoto Animation, äh, kann die mir auch gerne alle alte Kyoto Animation Serien zu ihrem Jubiläum was Neues bringen. Bitte? Danke. Es ist halt schade, dass Naoko Yamada da nicht mehr ist. Also wenn's halt was Neues werden würde in Anime-Form, dann wird sie, außer sie wird irgendwie contracted über, über Science Haru, nicht Regie. Ja. Ja. Was ein bisschen schade ist, aber, ähm, ich mein, sie ist ja auch gerade sehr fleißig dabei bei Science Haru. Oh ja, anscheinend hat die, äh, viel Spaß mit ihrer jetzigen Arbeit. Ja. Dann, wir wissen jetzt mehr über das, äh, Studio 4 Grad Celsius-Projekt, äh, über Jetrow. Da haben wir noch vor dem Jahreswechsel, glaub ich, gesprochen. Ja, ja. Das war, glaub ich, nicht letzte Folge, ja, ähm, weil Jetrow, die Japan External Trade Organization, hat mehrere Original Anime angekündigt von verschiedensten Studios und eines davon sollte halt auch von Studio 4 Grad Celsius sein, da wurden aber noch keine weiteren Details dazu bekannt gegeben. Bis jetzt, da hat Studio 4 Grad Celsius sich gemeldet und das Ding heißt Future Kit Takara und es wurden auch erste vier Illustrationen dazu veröffentlicht. Ja, aber wirklich, vom Titel bisher zu den Designs könnte das direkt aus dem Jahrtausend, ähm, Jahrtausend, sag ich schon, das ist ja wahr, aber aus derselben Zeit wie, äh, Dings, wie heißt er nochmal? Tetsubanatom. Äh, 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 äh. Äh, äh, Astro Boy. Astro Boy, genau, aus demselben Jahr wie Astro Boy könnte es rausgekommen sein, das Ding. Stimmt, es ist so ein Oldschool-Design, es ist wirklich herrlich. Also, ähm, das Ding soll sehr starke Environmental Themes haben, ähm, also es geht um eine Welt im Jahr 2100 und, ähm, ähm, ein Mädchen kommt aus unserer jetzigen Zeit in die Zukunft gereist und trifft Takara und die beiden müssen irgendwie versuchen, auf diesem Planeten, auf unserer Erde, um ihr Leben im Prinzip zu kämpfen, nachdem die globale Erwärmung die, den Planeten im Prinzip, ähm, ja, ziemlich, äh, äh, kaputt gemacht hat. Und, ähm, ich find's sehr lobenswert, was sie hier auch dazu schreiben und was ihre Ziele auch so sind. Sie selbst sagen auch, sie möchten, äh, sie arbeiten daran, in der Produktion von ihren Anime, ähm, Schritte zu tätigen, um ihren, ähm, um ihren CO2-Fußabdruck zu senken, den sie beim Produzieren, ähm, des Films produzieren. Ähm, sie, ähm, beziehen sich dabei auf den, ähm, letzten Report von der UN, wo es nochmal um den, äh, Klimawandel geht, der halt sagt, dass wir jetzt so hart und so schnell wie möglich handeln müssen, um die 1,5 Grad, äh, globale Erwärmung zu verhindern. Und, ähm, das scheint ihnen wirklich, also ja, von dem, was man eigentlich so lesen kann, ein ganz nobles Anliegen zu sein, was sie auch versuchen, selbst umzusetzen, ähm, da dran mit teilzuhaben, was ich eigentlich ganz schön finde. Regie führen soll Yuta Sano, der auch bei den Berserk-Filmen bei 4-Grad-Sales-Regie geführt hat und bei der kleinen Red-Ash-OVA. Und, ähm, Charakter-Designer ist Shinji Kimura, der Art-Director war für den Kekai-Sense, das Blood-Blockade-Battlefront-Anime für Dorohedoro. Und, wo man das Charakter-Design vielleicht auch herkennt, Tekokin, Tekokin-Kreed. Ja, ein bisschen sieht es schon danach aus. Und, äh, mit dabei haben sie sich auch, ja, einen Autor und, äh, jemand, der sich in Japan mit dem Klimawandel auseinandersetzt, ähm, geholt Kyoko Gen dazu als Advisor, so, für das Projekt. Und auch noch einen Environmental Scientist, Seti Imuri, der dazu beitragen soll. Und auch einen Science-Fiction-Autor haben sie sich mit rangeholt mit Yuya Takashima, der jetzt zuletzt, äh, mit an Morvested Gundam The Origin und Morvested Gundam The Witch from Mercury geschrieben hat. Ho, 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 ho. Das hört sich nach einem etwas größeren Projekt an. Ja. Ja, was jetzt halt, ähm, sie erstmal machen, ist, wie auch die ganzen anderen Jetro-Projekte, ein Kickstarter. Und, ähm, mit diesem Kickstarter soll ein fünfminütiger, ähm, Kurzfilm produziert werden, der dieses, äh, diesen Kinofilm insgesamt dann, ähm, ja, bewerben soll. Und, äh, sie sagen schon selbst, es sieht eigentlich ganz gut aus, was das finanzielle Interesse in diesem Film geht, dass das so nach und nach steigt. Aber, dass sie natürlich mit diesem Pilot, äh, Film hoffen, äh, da noch mehr Investoren ranzukriegen. Und, äh, da drücke ich auf jeden Fall die Daumen. Ich liebe wirklich alles, was dieses Studio macht. Und ich will natürlich auch diesen Film unbedingt sehen, gerade weil diese Character-Designs wirklich cool aussehen und weil das, was sie da insgesamt mit vorhaben und die Message, die sie damit natürlich angehen, ich sehr lobenswert finde. Ja, wünsche mir allen Erfolg, den der Kickstarter nur haben kann. Auf jeden Fall, ja. Dann, hui, haben wir uns jetzt länger damit auseinandergesetzt, aber da war natürlich auch einiges zu bereden. Kommen wir ins japanische Kino. So, hei, 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 Susame, der neue Schenkai-Film der aktuelle, räumt natürlich weiter ab, ist jetzt mittlerweile der zehnt-erfolgreichste Anime-Film in Japan, hat damit, wie der Wind sich hebt, abgelöst. Das ging ich nicht. War abzusehen, ne? Ende des letzten Jahres hat er nochmal kurz auf die Schnute bekommen, ne, von, äh, unserem guten alten Slam Dunk. Ja. Und jetzt hat er einfach mal Gas gegeben und ist einfach allen davongezogen, da ist der Horizont und man sieht ihn schon nicht mehr. Naja, also seit dem Slam Dunk draußen, das soll ich mal gleich auch noch drüber, bleibt er auf dem zweiten Platz. Und Slam Dunk auf dem ersten, was ich echt geil finde irgendwie. Ne, oder? Ach du meine Güte. Ähm, also Susame, als es gestartet ist, Anfang November natürlich erstmal die ersten zwei, drei Wochen dann, die es für sich alleine hat, war ohne Slam Dunk auf dem ersten Platz geblieben. Und hat halt mittlerweile insgesamt, ähm, knapp 12 Milliarden Yen eingenommen und, ähm, also 12,13 Milliarden Yen, wie der Wind sich hebt, hat 12,02 Milliarden Yen insgesamt eingenommen. Deswegen hat es den gerade so überschritten. Ähm, und ist damit der zehnt-erfolgreichste Anime-Film in Japan und der 27-erfolgreichste Film generell in Japan. Aber, wie ich es gerade schon angeteast habe, der First Slam Dunk ist jetzt seit sechs Wochen auf dem ersten Platz in den japanischen Kino Charts, was ich wirklich geil finde. Oh Mann, ey. Also die Fats stehen da knallhart dahinter. Und hat mittlerweile, äh, siebeneinhalb Milliarden Yen eingenommen. Meine Güte, meine Güte. Ich hab das Gefühl, du kannst einfach wirklich so teilweise so einen x-beliebigen Anime-Film machen in Japan und der wird plötzlich ein Riesenerfolg. Im Moment ist es gerade heftig. Das ganze letzte Jahr hatten wir das schon, davor schon mit, seit Demon Slayer ist irgendwie der Wurm drin, ne? Seit Demon Slayer drehen die alle hohl. Rekorde? Die sind zum Zermalmen da. Ich, ich, ich dachte irgendwie so mit Inflation oder sowas sieht irgendwie schlechter aus in Japan. Aber das scheint den Kinogänger jetzt nicht zu interessieren. Ich mein, ähm, Kino geht in den anderen Geldbottel. Das ist genauso wie Nachtisch, der in den anderen Magen geht. Seit dem 3. Dezember läuft der Film und bleibt seit sechs Wochen auf dem ersten Platz. Das ist wirklich nicht schlecht. Es ist krass. Und, ähm, macht damit auch insgesamt einen neuen Erfolg in den japanischen Kinokassen für einen Produzenten. Und zwar Toei hat insgesamt 32 Milliarden Yennen durch Kinofilme in 2022 eingespielt. Und da zählen natürlich ganz, ganz groß dabei One Piece Film Red dazu, der 18 Milliarden fast eingespielt hat, ist kurz davor. Und, ähm, ja, The First Slam Dunk, der halt jetzt siebeneinhalb Milliarden eingespielt hat. Oh Mann, also da kannst du mir nicht erzählen, dass das nicht Auswirkungen haben wird. Wenn das Kino so wahnsinnig gut lief über die letzten paar Jahre, werden wir wahrscheinlich auch über die nächsten Jahre viele großproduzierte Kinofilme bekommen, wo die Leute drauf hoffen, dass sie damit wieder Kasse machen. Was natürlich bedeutet für uns, wir kriegen richtig auf, wenn die produzierte Animes ins Kino. Ja, ich möchte noch kurz eine Zahl richtig schnellen. Ich hab, ähm, mich, ich hab gerade die falsche Zahl vorgelesen. Äh, die 18 Milliarden sind das, was Toei's vorheriger Rekord war. Ah, okay, okay. One Piece Film Red hat 19 Milliarden eingespielt. Ja, das herige Rekord mit den 18 Milliarden, was One Piece Film Red damit alleine sogar überholt hat. Dieser vorherige Rekord mit den 18 Milliarden, das war 2009. Da kam One Piece Film Strong World raus. Und, äh, Mountain Tsuru Gidake ist anscheinend ein Live-Action-Film und ein Kamen-Rider-Film. Ja. Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn. Nice. Also, ich glaube wirklich, was Kinofilme angeht, werden wir in nächster Zeit noch einige sehen, weil das scheint ein Trend auch in gewisser Weise zu sein, den man so nicht mehr brechen kann. Och Gott. Also, alles lässt sich brechen, aber manche Sachen hält ihn halt lange an, ne? Ich meine, das Marvel Cinematic Universe hat auch sehr lange ganz groß an... Es hält ja eigentlich noch schon immer noch an, aber... So, es heißt, dass die Kinos irgendwie alle untergehen, das Kino vorbei wird durch Digital und Streaming und alles? Mhm. Sieht aber irgendwie anders aus. Sieht ein bisschen anders aus, ja. Ja. Naja. Komm, verlassen wir das Japanische Kino mal wieder. Wir haben noch ein paar Trailer und sonst was. Das My One-Hit-Kill-Sister ist Anfang letzten Jahres angekündigt worden und hat jetzt einen ersten Teaser bekommen, der ungefähr eine Minute lang geht, wo wir sehen, wie unser Protagonist und seine Schwester, die total overpowered ist in dieser Isekai-Welt, die einen Bruderkomplex hat, da ein bisschen am Rumblödeln sind, das soll auch irgendwann diesen Jahres rauskommen. Ihr könnt euch diesen Teaser auf YouTube ansehen, auf dem YouTube-Kanal von diesem Anime. Der seinen eigenen YouTube-Kanal hat aus irgendeinem Grund. Wieso nicht? Und ja, es sieht halt nach, ja, sehr übertriebenem Slapstick-Comedy aus. Ja. Wird gemacht bei Gecko, was anscheinend ein neues Studio ist. Das ist deren erster Credit. Ich kann auch nichts anderes zu denen finden. Hm. Ähm, Regie für Hiroaki Takagi, vorher Episode-Director bei, ja, zahlreichen Dingen wirklich, also hier und da und überall gewesen. Haha. Also mir ist sowieso ein Gag-Comedy oder Parodie Isekai lieber als einer, der sich ernst nimmt. Das ist schon spaßiger. Ja, äh, mir ist generell anderer Anime lieber. Haha. Ach ja, was wir auch noch haben, ist ein erster richtiger Trailer zu The Ancient Margo's Pride, die zweite Staffel. Ähm, die uns auch sagt, dass es am 6. April losgeht mit dem Gerät. Macht natürlich jetzt Studio Kafka und nicht mehr Studio Wit. Ähm, und ich würde sagen, so vom Zeichenstil, also von dem, was ich kenne, ich habe jetzt die erste Staffel auch nicht gesehen, aber von dem, was ich kenne zumindest, es sieht ein bisschen, boah, wie soll ich das sagen, das Linework, das Linework sieht nicht mehr so fick aus, weißt du? Ja, ja. Es sieht ein wenig anders aus. Ähm, nicht so sehr, dass es ein komplett anderes Biest ist, aber es ist, äh, schon, hat ein bisschen Veränderung. Ja, also, ähm, Zeichenstil ein bisschen geändert, ähm, es ist das gleiche Team, was halt auch die dreiteilige OVA jetzt zuletzt gemacht hat, die lief. Ähm, könnt ihr euch drauf freuen, wenn ihr den Trailer halt sehen wollt dazu, könnt ihr das halt auch auf dem YouTube-Kanal von Twin Engine sehen, die das produzieren. Ähm, und was wir auch noch haben, sind neue Infos zu dem neuen Psycho Pass-Projekt Psycho Pass Providence. Und anlässlich des zehnjährigen Jubiläums kommt der in die japanischen Kinos, ähm, am 12. Mai wird wieder gemacht bei Production IG. Ich weiß jetzt gar nicht, wer die dritte Staffel gemacht hat, weil dazwischen, weil ich die zweite Staffel hatte, nicht Production IG gemacht. Hm. Ähm, ist aber auch wieder der gleiche Regisseur wie vorher alle anderen Staffeln, der Naoyoshi Shiotani, ähm, ähm, der, ähm, bei der ersten Staffel zusammen hier mit so einem, mit so einem anderen Trip-Projekt geführt hat. Genau, Katsuyuki Motohiro, der aus dem Live-Action-Bereich eigentlich kommt. Äh, und, äh, wiedergeschrieben von, von Toh Ubu Kata, also der, äh, seit der zweiten Staffel Psycho Pass schreibt. Und, ähm, bekannt ist für Fafner und Marduk Scramble. Also im Endeffekt bleibt es relativ beim Alten, ne? Ja, es bleibt halt alles so, wie es seit der zweiten Staffel im Prinzip ist. Und seitdem gucke ich es auch eigentlich nicht mehr. Von daher. Ich, ich, ich müsste mal reingucken, zumindest, es ist nochmal eine Chance geben. Vielleicht. Wie das aktuelle Kram so ist. Gott, es gibt so viel Aktuell schon davon. Es ist so weird, es ist so weird, wenn sowas, wenn sowas mehr oder weniger künstlerisch anspruchsvoll ist, was tatsächlich einen politischen Hintergrund hat, auf einmal zu so einem Multimedia-Franchise wird. Ja. Wo dieses, wo was, was irgendwie so entpolitisiert wird, gefühlt. Ach Gott. Das hast du immer wieder. Das ist immer wieder so. Danke, Kapitalismus. Wenn Cyberpunk Mainstream wird, ne? Ja. Wir haben noch ein bisschen was abseits vom Schuss. Einmal für die Leute, die halt Videospiele spielen, gibt's ganz, ganz viele Ankündigungen von Bushiroad. Ähm, einmal Macross Shooting Inside ist ein Shoot'em Up für die PlayStation 4, für die Switch und PC von Bushiroad. Da ist jetzt, äh, ja, noch keine weiteren Infos dazu rausgekommen, aber soll auf jeden Fall ein Macrosspiel geben, was auch dann dadurch, dass es für Steam angekündigt ist, denke ich mal, dass wir auch einen internationalen Release ansetzen, weil jetzt nicht so viel Japan-Exklusives über Steam, glaube ich, läuft. Hm. Ähm, dann Mushoku Tensei, Jobless Reincarnation, Quest of Memories, ist natürlich ein Spiel über Mushoku Tensei, wissen wir jetzt nicht genau, was das ist, das Genre ist nicht bekannt, soll aber dann auch für PS4, Switch und PC rauskommen. Irgendwann, bei Macross, bei dem Spiel wissen wir wenigstens, dass es irgendwann diesen Jahr rauskommt, bei dem Mushoku Tensei-Spiel steht nur Coming Soon. Das gleiche gilt für Goblin Slayer, Another Adventurer, äh, doch, Another Adventurer Nightmare Feast mit einer Original Story. Da wurde auch direkt angekündigt, dass es auf Englisch sein wird, auf jeden Fall. Und das Spiel soll auch irgendwann Coming Soon, so. Gute Güte. Ist ja eine richtige Offensive, die die da fahren, mit den ganzen Spielen zu Animes. Ja. Es gibt noch ein bisschen was Original-mäßiges, einmal Rear Sekai, das soll irgendwann diesen Jahres auskommen, wird von den Rune Factory-Machern gemacht. Ähm, dann Bushiroad und Frontwing arbeiten an einer Light Novel zu Revue Starlight, die auch via Switch und Steam auskommen soll. Irgendwann noch in diesem Winter. Und, ähm, ein Mobile-Spiel zu Grisarion Chronos Rebellion bekommt jetzt einen PC-Port am 28. April. Das Mobile-Game ist eigentlich letztes Jahr eingestellt, ne, ist sogar schon vorletztes Jahr eingestellt worden, aber jetzt versuchen sie es anscheinend nochmal. Gibt es echt so eine komische Angelegenheit, ey. Und dann haben wir noch ein Spiel namens Ginka, das jetzt noch eine, äh, Switch-Version bekommen soll, zu einer vorher angekündigten PC-Version. Irgendwann in diesem Jahr soll das rauskommen. Äh, was das ist, weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht und verrät der Trailer auch nicht. Ja, die ganzen Trailer, die mit diesen Ankündigungen kamen, sind nicht besonders hilfreich. Besonders so, die Sachen für Makros oder so und Musulgetänze, die sagen gar nichts. Das ist einfach nur, äh, so ein paar Text-Dinger. Es ist wie eine verdammte PowerPoint-Präsentation, nur mit Musik drunter. Ich find's auf jeden Fall eigentlich ganz interessant, dass Anime mittlerweile so groß und vermarktbar wird, dass wir so richtige Spiele bekommen, so doof das klingt zu sagen. Ja, ich mein, es ist ja auch früher schon so gewesen, dass viele Anime unterschiedliche Spielefassungen bekommen hatten, nur, dass es, ja, dass es einfach so massenproduziert wird, gerade eben. Ja, viel für die PS1 und PS2 und so, was dann auch billig produziert wurde, oder schon auf dem SNES und SNES hat es angefangen irgendwie, mit Gorgel 13 hat es schon ins Spiel bekommen. Ja, wenn du auf Wikipedia gehst, zum Beispiel, wie viele Spiele für Makros produziert werden, ist nicht normal. Ja. Die, über die Jahrzehnte wurden so viele Dutzende rausgeballert. Ich hab jetzt zwei Gundam-Spiele für die, für die Playstation 13 mir zum Beispiel auch bestellt. Bin ich mal gespannt drauf. Ähm, ähm, ja, ja, aber, aber, äh, vorher hat halt vieles davon Japan nicht verlassen. Ich glaube, dadurch, dass, ähm, das, ja, offiziell halt, dadurch, dass, dass das Anime auch international jetzt halt größer geworden ist, bekommen wir halt da auch, ähm, mehr, ähm, rübergeschwappt. Und auch, ja, diese, von, von diesen sozusagen richtigen Spielen, nicht nur Visual Novels und sonst was, das klingt ein bisschen gemein gegenüber Visual Novels, sowieso meine ich das nicht. Ja, aber Spiele, die Gameplay haben, hab ich halt ein bisschen lieber, I'm sorry. Äh, ja, ich hab auch gehört, dass das angeblich beste Makros-Spiel ist auf der Playstation 2 rausgekommen, aber halt auch nur in Japan. Ah, da hätt ich so Interesse dran, noch sowas zu spielen, ey. So ein Makros-Game. Aber echt, ey. Man, man, man. Und zum guter Letzt haben wir noch was für euer, äh, Geldbeutel, falls ihr super dekadent seid und noch was übrig habt. Dann könnt ihr das spenden, und zwar ans Animator, äh, Dormitory-Projekt, die, wie jedes Jahr, eine neue Crowdfunding-Kampagne starten. Das Animator-Dormitory-Projekt gibt's jetzt seit einigen Jahren, ich weiß jetzt gar nicht, seit wie lang, aber jetzt wirklich schon eine gute Zeit. Ja, seit 2010, und, ähm, die haben auch nen tollen YouTube-Kanal, wo sie, ähm, sehr viel so Insight-Kram teilen, wie die Anime-Industrie funktioniert und sowas. Äh, meist auf Japanisch mit englischen Untertiteln, mittlerweile wird auch einiges auf Englisch eingesprochen. Und die sammeln 30.000 Dollar, um wieder zehn neue Animatoren in ein Zuhause geben zu können, im viel zu teuren Tokio. Also, ja, ich find, es ist nach wie vor eine sehr schöne Aktion, ähm, weil, ja, Animatorinnen haben's halt leider nicht so gut, weil die meisten Studios, also so über 90 Prozent, sind in Tokio. Tokio ist viel zu teuer, und Animatorinnen bekommen kaum Geld. Es ist ein Wunder, dass diese Industrie immer noch nicht zusammengebrochen ist. Ja. Und das liegt vor allem an solchen Leuten, die das, ja, mehr oder weniger aus, ähm, oder was heißt mehr oder weniger, die das aus Gutmütigkeit tatsächlich versuchen, am Leben zu erhalten. Weil das halt für sie eine Passion ist. Ja, also, ich will das sowas von gut heißen, aber ich kann mir auch überlegen, ne, das, äh, das sind so lauter Pflaster auf diese, äh, klaffende, offene Wunde. Ja. Die, wo man eigentlich zum Arzt mit musste, also, da müsste eigentlich, äh, radikal irgendwie sich was ändern. Anstattdessen, äh, zögert man das, den Zusammenbruch, den möglichen, von diesem System noch nicht aus. Also, eine kleine Gruppe kann halt leider auch nichts tun gegen ein ganzes System. Nee, nee, du kannst höchstens das lindern, das Problem, aber mehr nicht. Ja. Diese Crowdfunding-Kampagne gibt's auf GoGetFunding, die Animated Dormitory Project 2023 hat mittlerweile fast 7000 Dollar eingespielt von den 30.000, auf die sie abzielen. Es gibt verschiedenste Backer-Rewards mit, ähm, ja, Zeichnungen, mit Artbooks, T-Shirts und Sonstiges. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen, falls ihr ein bisschen Geld übrig habt und falls ihr die Anime-Industrie, ja, am Leben halten wollt. Ja. Ja, Mann. Ha. Wir sind mal wieder durch für heute. Jo. Viel gelabert. Und trotzdem so gut durchgekommen. Aber echt, ey. Ja. Wir haben noch nicht mal 50 Minuten. Aber ja, äh, so ist es manchmal, manchmal passiert mehr, manchmal passiert weniger. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr mehr von uns hören wollt, dann gibt's jeden Montag Rolling Sushi, da geht's dann um News aus Japan. Jeden zweiten Mittwoch gibt's Anime Slam, da geht's um die Anime und Manga, die wir in letzter Zeit geschaut und gelesen haben. Wir sind raus an der Stelle. Auf Wiederhören. Tschüssi. Ciao. Ciao. Ciao.